Kämpfe der Reinigung ist aber auch nicht gerade geil Ist auch nicht gerade geil Aber gut, wir machen das Beste draus Letzte Runde Des heutigen Abends Machen wir mal hier eine hin Gut, die ist ein bisschen zu nahe, egal Direkt am Window Eigentlich, ich hab die zu nahe gelegt Ich bin fucking müde Ich mach gerade Blödsinn Egal Sehr merkwürdige Traps, die ich gerade teilweise lege Der Gen ist durch Die Waschmaschine ist wieder an Oh mein Gott Tust du hin? Da hinten Schade Da ist da keine Was war das denn? Wieso hat denn das aufgehört? Shit Ah Schade Hier geht aus Okay, noch nicht Nice Glück gehabt Viele Traps leider weg Guck mal, ob ich sie da hinten hin tragen kann Nice Okay Nice Was soll jetzt hier liegen? Oh, Head-on, scheiße. Was, Head-on? Oder weil die so lange rum lag, ne? Ach, ja, okay. Fuck. Das war das Anti-Slugging-Perk, glaube ich, ne? Muss mehr Trap slingen. Das war kein Head-on, ja, ja. Ich dachte erst Head-on. Ich muss halt mehr Trap... Das Problem ist gerade... Ich muss mehr Trap slingen. War das dieses Anti-Slugging-Perk? Ich... Mein Kopf ist gerade komplett matt. Ich kann nicht mehr klar denken. Das... Okay, Item geholt. Sehr schön. Ja, bitte. Ja, bitte. Mit mir abspringen ist nicht schlimm. Aber ich habe halt keine Traps mehr. Ach, scheiße. Ist weg. Fuck. Ich habe echt keine Traps mehr hier liegen. Der-Dart. Natürlich. Ja. Mab ist halt auch nicht geil für Starstruck unbedingt. Schaffe ich nicht. Und der-Dart. Ja. Ja. Die kriege ich nicht mehr. Ist zu weit weg. Fuck. Ja. Ich gehe weg. Nice. Direkt aufhängen. Ja. Aber schwierig die Runde irgendwie. Ich komme nicht zu Traps legen. Das ist gut. Um. Oder? Ah, die ist unten. Ich habe die sogar tatsächlich mal gemaint. Aber ist schon... Auch eine Ewigkeit. Ja, die hat eh dead hard. Hm. Okay, die ist weg. Die hat geflasht lighted, ne? Egal. Ich habe noch genug Traps. Starstruck. Und am Tempel müsste ich eigentlich mal hin. Da hinten auch. Ich renne jetzt erstmal die Pellet rein. Na ne. Ich mache die Pellet weg. Ja, aber klar, dass der unten gemacht wird. Der Tempel ist scheiße. Das ist nicht gut. Okay, sie habe ich. Das ist eigentlich nicht gut. Aber schwierig. Starst, das ist eigentlich ein guter Bild. Problem ist halt, die Map ist halt ein bisschen groß, ne? Und die Jets sind relativ weit. Das ist eigentlich zu weit weg für mein Web. Ja. Das ist zu weit weg. Ach. Ach. Das ist weggesprintet. Komm schon. Geht da lang. Oh fuck. Fuck. Nice. Nice. Ich darf ihn nicht baiten lassen. Ah, das mit den Jets ist echt kritisch gerade. Die sind arschweit weg. Genau, sie wollte nämlich retten gehen. Okay, das haben sie gut gemacht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ich habe jetzt... Bin jetzt stehen geblieben in der Hoffnung. Ja. Ja. Der läuft gerade scheiße. Die sind hinten am Jen. Ja. Jetzt werde ich... Okay, jetzt Zocker of Healing. Interessant. Hinten der Jen. Ah, okay. Der Jen. Das war wichtig, dass wir das gemacht haben. Okay, die ist doch nicht tot. Der Jen. Das war doch... Das war so wichtig, dass sie den gemacht haben. Ich dachte eigentlich, die machen den hinten. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Tatsächlich. Ich hätte ein bisschen mehr auf die Jens fokussen sollen. So, weil wir spielen, das ist aber auch echt gut teilweise. Also vernünftig. Gehen auf Jens. Lassen eher die Person hängen. Und machen wichtige Jens vor allen Dingen. Sie machen halt sehr, sehr wichtige Jens. Ich werde mal hier eine Trap hinlegen. In der Hoffnung, dass... Ja, falls ich noch jemanden kriegen sollte. Schade. Gut gespielt. Und dann leider das Ende ein bisschen kacke. Ich werde jetzt die Jen durchziehen. Ich werde jetzt erstmal hierbleiben, weil... Der ist halt so weit weg, der Jen. Ich präpariere schon mal das Endgame. Okay. Sehr gröber. Guck mich, wie die das zu zweit machen. Echt stark. Oh mein Gott. Nice. So, jetzt hochheben. Komm schon. Geh geradeaus bitte. Starstruck. Yes. Oh baby. Puh. So. Der Jen ist nicht gemacht worden. Großartig. Sehr, das ist gut. Das ist sehr gut. Der hinten wird aber jetzt gemacht. Der hinten wird aber jetzt gemacht. Das ist nicht gut. Oh, die Jets sind halt viel zu weit weg. Ich bleib hier. Ich muss jetzt sehr campy spielen. Dann muss man mit Nike sowieso, aber... da ist sie. Ah, da ist sie. Nice. Ja. Geil. 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 Da muss jetzt abhängen. Okay. Die wird jetzt abspringen wahrscheinlich. Ich hoffe es ist nah genug. Ja. Ist sie noch hier? Ne. Ich lag jetzt in der Hoffnung, dass sie... Ich hoffe jetzt mal, dass sie keinen Unbreakable hat. Hat sie natürlich. Naja, fuck. Ich geh zurück. Gutes Survivor wirklich. Die gehen jetzt hinten rum. Da wo halt eben keine Trap sind. Ich hoffe eine geht hoch. Ja. Komm schon. Oh. Nice. Huh. Ich liebe die Hack. Hack macht wieder Spaß. Der Hook ist wichtig und richtig. Deswegen nehme ich den hinten. Huh. Spannendes Match. Spannendes Match. Breaking the pallet erstmal. Die ist rechts rum von mir. Oder? Ja, ja. Ist sie. Wer ist denn die... Oh mein Gott. Der Datt. Wie dämlich war das denn? Jetzt mal ohne Scheiß hier eine Truhe zu looten. Zwei Meter neben mir. Oh. Hast du eine Flashlight zurück? Oh. 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 Okay. Okay. Boah. Das... War hart das Match aber. Geil. Wieder mal so ein Ding. Ich dachte ich verliere. Der Jen ist jetzt am weitesten. Deswegen bleibe ich hier. Anstatt dass die hinten zu dem Jen geht macht sie... Okay. Ich warte bis sie um die Ecke ist. Ja doch sie geht an den Jen. Okay. Die hat auch ne Flashlight. Ja. Will ich jetzt das komplette Hack-Game? Ich will das komplette Hack-Game. Ich will jetzt mein 4K. Die Runde kann ich hochladen. Ich werde das auch zurechtschneiden. Ich werde das rausschneiden. Dieses... Ey. Wenn ich jetzt mein 4K haben kann nach der Runde, dann will ich den auch. Jetzt kommt der alte... Leicht toxische Sweaty-Type aus mir wieder raus. Der krampfhaft den 4K will. Okay. Kam schon? Nee. Die Pellets sind immer noch da. Ja. Jetzt habe ich sie. Yes. Yes. Es ist der 4K. Völlig verdient. Oh natürlich hat sie... Moment. Immer der letzte Swiper kriegt die Hedge. Immer. Immer. Momentan. Ja. Ja.